Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Halleluja! So, in dieser Sendung, die Stunde der Wahrheit, geht es nur um Joshua. Er ist die Wahrheit, er ist der Weg, er ist das Leben. Halleluja! Herr, danke für den Moment, danke für dein Wort. Danke, Joshua Maschia, dass ich dein Wort weitergeben darf. Danke, Herr. Amen. So, es war ziemlich lang, bis ich wieder eine kleine Predigt hier poste. So, ich hatte ein bisschen Zeit genommen für, also im Gebet, die Zeit mit dem Herrn vertiefen und sich wieder zu finden. Halleluja! Ich hatte ziemlich harte, schwierige Zeiten gehabt, war nicht einfach. Aber ich danke Joshua für alles, was er tut. Also er gibt uns die Kraft, wieder aufzustehen und vorwärts zu gehen, weil unser Herr immer da ist. Halleluja! So, ich habe also ein Thema heute, es hat mich ziemlich die ganze Zeit beschäftigt. Das Thema, das Thema ist der Tod. Der Tod, weil, also Tod, Sterben. Ich habe also vor ein paar Monaten, also mein Vater verloren, war so ein ziemlich, das war ziemlich hart, weil ich also täglich am Telefon mit ihm war und es war überhaupt nicht einfach, das zu verkraften. Aber zu sehen, also dass wir Menschen, wir Menschen, also so ein starker Gegner, starker Feind haben, der Tod, alle Menschen, also dass alle Menschen durch den Tod also gehen müssen, war, es war also so, es war richtig hart. Und das, also irgendwie, also diese Zeit durchzugehen, war sogar, ich habe sogar mein, ich war in Afrika, also ich war dabei für die Beerdigung und musste sogar viele Tote sehen, also Menschen, die einfach da, lebendlos, also waren. Mein Vater da, mein Vater da und andere Menschen, so viele, tote Menschen einfach. Und das zu sehen, also dass diese Leute, also die lagen einfach da und waren leblos, kein Leben, gar nichts. Man hatte das Gefühl, also dass sie einfach geschlafen hatten, aber das Leben war nicht mehr da. Ich konnte meinen Vater da sehen und wollte sogar sagen, also steh auf, also als ob er irgendwie geschlafen hatte. Aber er war weg, also gab es kein Leben mehr. Also es hat mich also richtig beschäftigt. Richtig beschäftigt, also dass wir, die Menschen, dass alle, alle irgendwann mal das Leben verlieren werden, dass Menschen sterben werden. Und dann war ich also, Herr, was ist das überhaupt für ein Feind? Welche Gegner hast du, die Menschen? Welche Gegner haben überhaupt die Menschen? Und diese Gegner, alle gehen einfach da durch. Und es gibt das Gefühl, also dass die Menschen überhaupt, wie sagt man das, also keine Kraft dagegen haben, dass es keine Hoffnung gibt. Wir haben geweint, ich habe geweint, ich habe also, ich habe also, jeder von uns hat bestimmt, also irgendwelche Verwandte oder Freunde oder so verloren. Es tut weh, dass man also jemanden verloren hat. aber wenn wir nachdenken dass es dass wir alle alle dadurch gehen werden man stellt sich die Frage her wo gehen wir denn hin ich habe mich die Frage gestellt wo ist er überhaupt gegangen wo gehen überhaupt die Menschen in der Bibel in der Bibel sehen wir also in 1. Mose als Adam und Eva gesündigt hatten die Bibel sagt dass sie vor der Sünde den Tod nicht gekannt hatten vor der Sünde sollten sie also in dem Plan also im Plan von von Elohim sollte der Mensch bis in die Ewigkeit leben also der Mensch sollte ewig sein aber die Bibel sagt durch also durch die Sünde ist der Tod auf diese Erde gekommen also die Sünde bringt der Tod die Bibel sagt das also wir können das also in in Römer ich nehme mal also die Bibel Halleluja in Römer Kapitel 5 lese ich mal Römer Kapitel 5 ab Vers 12 genau darum ist auch wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod der Tod durch alle Menschen gedrungen weil sie alle gesündigt haben die Bibel sagt uns also dass der Tod durch die Sünde in diese Welt gekommen ist weil die ersten Menschen gesündigt hatten dürften sie nicht mehr ewig leben egal wer wir sind egal wer du bist ob du so viel Geld hast ob du keine Ahnung so berühmt bist irgendwann wirst du diese Erde verlassen liebe Geschwister diese das hat mich also so beschäftigt weil ich ich bin in einen Raum gegangen ich sollte mein Vater da also ich musste alles für die Beherrigung also vorbereiten und in dem Raum war er nicht allein gab es so viele verschiedene Menschen die einfach gestorben waren tot waren und da stehst du da und siehst du so viele lebenlose Körper und dann bist du bloß Herr sowas wird auch bei mir irgendwann mal passieren wir haben wirklich diese Gegner diese Feinde tot alle werden da durchgehen weil wir alle gesündigt haben weil die ersten Menschen also die Sünde weil die Sünde einfach in diese Welt gekommen ist wow 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 ich war da und sagte Wahnsinn das ist unser Ende so werden wir also alle enden die Bibel spricht also in der Bibel können wir zwei Arten von Sterben sehen zwei Arten von Tod es gibt dieser Tod dass also durch die Sünde durch die Sünde einfach der Mensch der Mensch also verliert sein Leben also das heißt also dass der Mensch diese Trennung von Körper und von Geist also der Mensch stirbt sein Körper wird einfach leblos und dann wird man begraben ihr kennt doch schon also diese diese berühmte Verse Bibel also das wird immer fast überall wenn jemand gestorben ist also aus Staub wurdest du aus Staub willst du weil der Körper unser Körper wird einfach Staub liebe Geschwister dann sind wir da wir stehen du stehst jeden Tag auf gehst du in die Arbeit machst du irgendwas und dann du arbeitest so hart du baust Häuser du tust so viel in dein Leben und dann am Ende kommt der Gegner der Fein von allen Menschen und alles ist vergangen tot gestorben alles weg ich war da als ich also seine die 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 Kleidungen die 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 Sachen also viele Dinge also was was er was mein Vater da hatte ich also als erster der Familie habe ich also die Dinge versammelt und so einige Kleidungen also müssten müsste man also sogar in seinen Sarg reintun Dinge die irgendwie wichtig für ihn waren ich stand da und dann habe ich das gesehen und dann war ich wow die Person ist weg und das alles ist geblieben das Leben einfach weg und dann siehst du leblose Körper einfach da du nimmst die Dinge tut das in dem Sarg nimm also Leib und tut das in dem Sarg und dann bist du da egal was du sagst steh auf nein die Person ist weg so werden wir alle enden alle Menschen egal wer du bist egal wer du bist wirst du auch so beenden wow wow die Bibel sagt also dass alle Menschen gesündigt haben alle in Vers wieder in Römer Kapitel 6 23 denn der Lohn der Sünde ist der Tod die Gnadengabe Elohims aber ewiges Leben in Joshua Maschia unserem Herrn Halleluja es gibt Hoffnung es gibt Hoffnung der Tod wurde besiegt Joshua Maschia hat den Tod besiegt Wahnsinn diese liebe Geschwister könnt ihr euch also vorstellen wir haben einen Gegner alle Menschen werden dadurch gehen aber eine ist in den Tod gegangen und ist zurück gekommen als Sieger Halleluja Halleluja und das ist Joshua Maschia ich stand da wir haben geweint wir haben ich habe so ich habe so überlegt und dann war ich Herr die Menschen gehen die Menschen verlasst diese Erde alle Menschen werden die Erde verlassen weil sie sterben werden weil wir alle sterben werden aber du Joshua Maschia du hast den Tod besiegt du Joshua Maschia und die Bibel sagt also dass du seine Gnade Halleluja du Joshua Maschia hier steht es Vers 23 denn der Lohn der Sünde ist der Tod die Gnadengabe Elohims aber ewiges Leben in Joshua Maschia unserem Herrn wir bekommen ewiges Leben in Joshua Maschia Deswegen sprichst sprich sprich Bibel von zwei Arten von Toten durch die Sünde sterben die Menschen und durch die Sünde sind die Menschen werden die Menschen von dem Herrn ewig getrennt ewig getrennt die Bibel spricht sogar von einem zweiter Tod der zweite Tod also ist die Menschen die Menschen die Joshua Maschia als Herrn angenommen haben die für ihn leben Joshua sagt ich bin der Weg ich bin die Wahrheit und dann fügt er dazu ich bin das Leben weil er ewiges Leben gibt Hoffnung Hoffnung liebe Geschwister die Bibel spricht sogar dass der Feind der Tod der Tod wird wurde schon besiegt und wird noch besiegt Joshua Maschia lesen wir mal in der Bibel das ist also in der Offenbarung Halleluja Halleluja Offenbarung Kapitel 20 Halleluja weil dort spricht man also von dem zweiten Tod hier steht da sah ich also ab Vers 11 da sah ich einen großen weißen Thron und denn der darauf saß vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel flohen und kein Ort wurde für sie gefunden und ich sah die Toten die Großen und die Kleinen vor Elohim stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet welches das das des Lebens ist also hier steht also dass es zwei Bücher gibt und die Toten wurden danach gerichtet was in den Büchern geschrieben war entsprechen ihren Werten zwei Bücher Bücher wo alles was also Bücher für die für die Menschen also Bücher für die Menschen und da drin waren alles geschehen was sie getan hatten ihren Werken Vers 13 und das Meer gab die Toten die im waren und der Tod und der Hades also der Hades ist also irgendwie hier steht ja hier Kommentar aber ich lese weiter und der Hades gaben die Toten die in ihnen waren und sie wurden also Hades ist also der Totenreich und die ihnen waren und sie wurden gerichtet jede nach seinen Werken und der Tod und der Hades wurden in Feuersee geworfen die Bibel nennt das das ist der zweite Tod der Feuersee und wenn jemand nicht im Buch des Leben geschrieben gefunden wurde wurde er in den Feuersee geworfen es gab da sein Buch dieses Buch heißt Buch des Lebens alle Menschen die an Joshua geglaubt haben sein Wort angenommen haben seine Kinder sind nach seinem Wort leben alle diese Menschen alle diese Menschen wurden die ihre Namen wurden in einem Buch geschrieben und dieses Buch ist Buch des Lebens liebe Geschwister Buch des Lebens weil die Bibel sagt Bücher wurden geöffnet aber es gab also ein Buch und ein anderes Buch wurde geöffnet welches das des Lebens ist ein Buch des Lebens mein Bruder meine Schwester es gibt Hoffnung Joshua Mashiach hat den Tod besiegt Joshua Mashiach hat den Tod besiegt deswegen sagt die Bibel er ist das Leben er heißt das Leben er gibt ewiges Leben Joshua Mashiach wer an Joshua Mashiach glaubt wer sein Wort angenommen hat wer für ihn lebt sein Name wird in dem Buch geschrieben und am Ende des Tages wenn diese Bücher dieses Buch geöffnet wird wenn dein Name da drin ist wenn unsere Namen sind da drin sind werden wir mit ihm in der Ewigkeit leben Halleluja der zweite Tod hat keine Macht über uns hat keine Macht über die Leute die ihren Namen in dem Buch haben Halleluja das ist was das Wort sagt Halleluja Joshua Mashiach sagte sogar wer 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 an mich glaubt wer mich annimmt sogar wenn er stirbt wird er trotzdem weiter leben Halleluja liebe liebe deswegen sagen wir zurück zum Wort zurück zu Joshua Mashiach wenn du deine Hoffnung an eine bestimmte Konfession legst bestimmte Gemeinde bestimmte Organisation bestimmte Verein oder keine Ahnung bestimmtes Land oder bist du verloren Bist bist du verloren Joshua sagt komm zu mir und dann willst du ewiges Leben bekommen Halleluja Halleluja der Tod hat keine Macht über die Menschen die an Joshua Mashiach glauben sogar wenn ihr Körper wenn sie leben los also man sieht ihr Körper da aber sie sind weg die sind also mit dem Herrn und werden mit ihm in der Ewigkeit leben das ist unsere Hoffnung das ist es Halleluja oh danke Joshua Mashiach für alles was du tust danke Herr wir haben Hoffnung unser Herr Joshua Mashiach hat den Tod besiegt nur durch Joshua Mashiach bekommen wir ewiges Leben Joshua sucht nicht also dein Geld sucht nicht also wie schön du bist wie schön du reden kannst oder wie du läufst oder was du auf dieser Erde gebaut oder getan hast er will dass du für ihn lebst seine Werke tun und dann kannst du ewiges Leben bekommen Halleluja und das ist also was wir auch auf diese hier sagen wollen wir sagen das auch zurück zum Wort zurück zu Joshua wir machen keine Werbung von einer Konfession von einer Organisation wir machen keine Werbung von irgendwelchen Menschen irgendwelche Leute wir wollen nur Joshua Maschia erheben das ist die Botschaft das ist diese freie Botschaft freie Botschaft dass es Hoffnung gibt dass es mit Joshua Maschia Leben gibt Halleluja ihr könnt euch nicht also vorstellen also wie so viele Leute wie viele Leute sterben jeden Tag ohne Joshua Maschia angenommen zu haben eine Menge eine Menge mein Bruder meine Schwester deswegen müssen wir fest an Joshua Maschia gebunden bleiben fest mit ihm weiter gehen egal was passiert egal was kommt bleiben wir gebunden an ihn nur Joshua weil er allein er hat also den Tod besiegt kein kein anderer Mensch hat den Tod besiegt nur Joshua Maschia und durch Joshua bekommen wir ewiges Leben ich danke meinem Herrn für diese Hoffnung darum sagt die Bibel sucht das Reich des Herrn zuerst das Reich des Herrn darum sagt das Wort er ist der Weg dass er der Weg ist er ist das Leben wir bleiben in Joshua für die Leute die in der Sünde gefallen sind Joshua streckt seine Hände und sagt komm zu mir wenn du in der Sünde gefallen bist tut Buße wenn du schwach geworden bist tut Buße und steh auf er ist da er ist da er ist unsere Hoffnung Joshua Maschia unser Herr und unser Elohim danke Joshua danke dass du auf diese Erde gekommen bist danke Joshua Maschia dass du für uns gelitten hast dass du bis in den Tod gegangen bist und als Sieger zurückgekommen bist danke Joshua du hast die Sünde besiegt du hast den Tod besiegt und das für uns Joshua Maschia danke Herr für alles was du tust im Namen Joshua Maschia Amen